Bei Wind und Wetter wandert Viktor Rohner vom Vorderland durchs Mittelland in Alpstein. Im Zentrum stehen Natur, Kultur und Menschen im Appenzellerland. Sie bergen spannende Geschichten zum Staunen und Schmunzeln. Natur und Kultur im Appenzellerland wird präsentiert von der Appenzeller Kantonalbank, Appenzellerkäse, Just Pflanzen- und Kräuterkosmetik, Brauerei-Lacher Appenzellerbier und Mostereimöl – das Beste aus dem Apfel. Untertitelung des ZDF, 2020